So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter... ...vielleicht mit der nächsten... Ah, sie sind dran. Aktiv, okay. Ich dachte, wir hatten ja noch eine Mission. Da war nicht irgendwo noch eine... Da ist doch irgendwo eine Mission, oder? Oder ist das gerade einfach nur falsch? Dünn. Oder ist das einfach nur wegen Zug versteckt? Hm. Gefühlt? Warte mal. Aber irgendwie ist das... Ich bin noch ein bisschen ratlos gerade, oder? Ist das jetzt nicht doch... Hey. Die hat nichts für uns. Nö, eigentlich nicht. Okay. Wir hätten jetzt eine Zug-Fusion mal wieder. Gut. Dann müssen wir es auch noch so machen. Dann machen wir mal gucken, was wir heute machen. Hm. Na, wir haben noch ein bisschen was zu tun heute. Ah, ich würde halt gehen... Da versuchen wir heute... Versuchen wir heute dieses Trend 2 zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ich will das jetzt eigentlich gerade nur erledigen. Weil dann hätten wir es einmal komplett. Und dann hätten wir das Trend 2. Und könnten vielleicht sogar in der nächsten Folge schon auf den Bossfight gehen. In... Hier in Assassin's Creed. Und dann fehlt jetzt nur noch ein Gebiet. Dann hätten wir es. Dann hätten wir es, liebe Leute. Dann wäre es... Durch. So, dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment wegen der Schnellreise. Ich würde halt, wie gesagt, gerne eigentlich die zwei Dinger dazu machen. Dann hätten wir das Trend schon mal auf unserer Seite. Für sonst wäre es auch der Boss. Und dann hätten wir es, ja. So, kurz mal checken. Leider ist das halt der nächste Punkt gewesen. Das heißt, wir müssen da jetzt hin. Das ist noch eine Hauptmission. So, ich komme von hier oben gar nicht überhaupt da hin, ne? Ich muss nur jetzt gerade nicht... Da wird sich drum drückt, weil sonst fällt mein... Cara nämlich natürlich nach unten. Die gute Evi. Und Klatsch auf den Boden. Und dann ist es... Platt wie eine Flonde da. Man kann sich nicht mehr geworfen. Aber ist egal. Alles gut. So. So, ich muss gerade gucken, wo ich hin will. Da hin. Hinten hin. Aber dann müsst ihr auch immer noch... Das hat keine Schnellreise. Also, kein weiterer Schnellreisepunkt. Also, die Kopfgeldjagd heißt wieder natürlich... Klar. Ähm... Töte. Erste... Also, was heißt Töte? Liefer ab. Und zwar Leben. Eigentlich. Aber meinst du, das ist halt gerne die... Gegner... Klappe. Ja. Ich kann auch zu dir herkommen. Ich kann auch zu dir herkommen. Ich kann auch zu dir herkommen. Sechs bist du mein Freund. Naja. Ja. 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 Mal schauen, ob die große Frage ist es, ob wir es heute in einem Rutschen bekommen. Um uns, wie gesagt, die zwei Gebiete zu erobern. Ich geh mal wieder hoch, weil Kopf... Im Idealfall holen wir uns die Gegner von oben weg. Das macht es ein bisschen einfacher, als wenn ich dann eine ganze Gruppe habe, die auf mich... einprasselt, oder? Hiteinander weg. Ach, das ist wieder die. Okay. Naja. Alles gut. Das ist klar. Das ist natürlich super, dass wir jetzt natürlich einen Gegner haben, die uns... wo uns die Höhe in das Spiel bringt. Ich muss einmal kurz mal anschauen, das ganze Ding hier. Ach, die haut sich jetzt schon auf der Mappe. Das ist natürlich jetzt super. Ja. Das ist natürlich so... Weg, dass du das natürlich jetzt schon der Gegner ein bisschen aufgescheucht ist. Richtig irgendwie ein bisschen... Ja, ich kann nicht nur... So, ich gebe mich mal ein bisschen in Deckung. Warte mal, wie viel Messer habe ich denn dabei? Zwei. Ja, super. Da ist der Gegner! Wen haben wir denn hier heute? Der Mountain King? Nöööööö off-armal Angst bekommen! Nööööö, mach nur. tot. Och geh doch da weg! Wad..warte- da hockt wer? Hau mal ab da jetzt, Uschi! Och bones.. Ja, weil, das ist jetzt schon wieder das, was mich jetzt wieder nervt, dass wir da irgendwie... Nein, ich steh dir lieber ein bisschen im Wege rum. Ich guck mich nicht einfach nur an. Tschüss. Bleib liegen, ist ja kein Problem. Na? Mach dich bereit, denn ich komme jetzt drüber. Ach, ich hasse das in einem Charakter, der da noch blöd im Wege rumstehen ist. Das hat sich ja schon wieder gut gelohnt, diese Mission anzupacken oder anzugehen, weil... Was ist denn der Heinz? Äh, der Hansel da. Schnappt sie! Schnappt sie! Bereits, Rufzuhl! Ja, komm mal. Ja, jetzt haben wir nur diese Zeugs nebenbei, ey. Ich bin kurz davor, dich zuhause an meine Hunde zu verfüttern. Ja. Lass dir die Zähne? So, dann nehmen wir draus. Und da vorne ist auch so ein Schauschütz. Meine Polizei, dann fahren wir mit ihm raus. So. Und wo ist das Ziel jetzt? Da vorne. Also ein Ziel zumindest. So. Und du? Hey. Ach, hier bin ich doch mal. Kommt der nächste Depp. Und da ist auch noch einer. Jetzt auf's. So, erledigt. So. Und nun? Und nun, was haben wir jetzt? Ich glaube, es ist ein Blumen. Was ist das hier? Da läuft noch was Blaues rum. Das ist noch ein Polizist. Jetzt verstehe ich gerade, warum. Und du? Habe ich jetzt alle getötet? Da müssen wir noch mal hin. Ach, geht mir ja gar nicht alles auf den Sack. Ich weiß nicht, ob jetzt hier was... Irgendwie was passiert ist, was jetzt... Weiß Gott nicht. Wir sehen ja keine Mission mehr auf der Karte. Das ist das Problem. So, natürlich müssen wir jetzt nochmal versuchen. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt geht's los. So, also nochmal. So, jetzt ist die Mission wieder getriggert. Ja, jetzt ist die Mission wieder getriggert. Noten ging nochmal. So schwer war sie jetzt nicht. Ich hätte sie jetzt eigentlich hätten auch ohne Problem mehr haben können. Ich hab mir jetzt nur die... Wir sind ja da. Ich brauche auf jeden Fall noch mal einen schnellen Reisepunkt hier in dem Gebiet. Scheiße. Ich hab' den Schöne, Schöne, Schöne. Ich hab' ihn so gern geholt. Ich hab' den Schöne, 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 Schöne. Ich hab' den Schöne, Schöne. Nicht danke. Nicht jetzt. Was gibt's Neues? Komm ich nicht rüber und erteilt jemand an der Gestein? Nein. 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 Es ist hier. So. Ich brauche euch jetzt eigentlich da, um ... die Kopfgeldjagd angehen zu können, neben dem... Augen. Nein. 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 Ja, das hört sich super. So, ich muss nämlich mal kurz... Ah, hier ist ein Käufer. Das ist gut. Das kann ich Ihnen mitnehmen. Ich muss mal kurz eben alles auffüllen wieder. Vor allem auch Messer. Ach komm, holt ihr euch. Gut. So. Mal stehen, mein Freund. Ich meine, ich hole mir den Typen jetzt erstmal gleich, damit er mir nicht abhaut. Ich frage, was kriege ich denn von hier? Ja, wenn ich mich nicht im Weg stellen würde, wäre es einfacher für mich, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da an den Typen rankomme. Martin King, den soll man angefangen haben. Ja, ich soll den Leben zurückbringen. Ich werde ihn aber versuchen trotzdem... Äh, zu töten. Gibt zwar nicht so viele Paarpunkte und alles drum und dran, aber die wichtigste Aufgabe ist, wäre das Ziel erledigen. Ich gehe nicht von hier, ne? Du kommst jetzt. Kommst du jetzt hier her? Kommst du jetzt hier her? Ich habe keine Ahnung. Tot, tot. So, jetzt will ich mich mit den Scharfschützen dahin. Kriege ich den von hier? Ne, ich kriege den nicht, ne? Ja, scheiße. Kriege ich mich von hier. Die Polizei wird euch nicht helfen. Hört auf jetzt. Aha. So, jetzt will ich mal den Typen nehmen kurz. Ja. 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 Nein, nimm man doch auch einen Mann. Nein, Medizin benutzt brauche ich nicht. Alter, was ist das für eine Mission? Die so easy eigentlich habe ich den Typen doch schon tot. Ich will die Medizin benutzen. Nein, keine Medizin. Möchtest du nicht. Du darfst lieber. Ach Mann. Ja, egal. Wenn wir jetzt feiern, mein Gott. Wir sehen uns in der nächsten Folge einfach nochmal neu.